einen wunderschönen morgen mein lieben mein name ist die aus dem crypto café ich bin euer crypto trainer und meine spezialität ist es für euch informatives entertainment zu bringen definitiv keine finanzberatung ja der grund der heutigen folge ist tatsächlich wieder mal yield notes ich habe mich sehr darüber gefreut dass das letzte video zum thema yield notes aus welchem grunde auch immer sehr viel feedback sowohl positiv als auch negativ bekommen habe und tatsächlich auch der krallinger dass da den eigenen youtube kanal auch habe ich mir auch angeschaut gefällt mir gut auch einen kritischen feedback in video dazu gemacht hat ja ich meine ich bin über allmaßen begeistert darüber und ich habe auch ich meine er hat mich auch persönlich angeschrieben fand ich auch super und ja und so habe ich auch direkt nach dem letzten video wie ihr vorschlagen habt ihr hier habe ich mit steve kontakt aufgenommen und habe mit ihm entsprechend einen termin ausgemacht ja und zwar morgen werden wir also morgen in den frühen stunden schon in die interview machen ich habe vorgeschlagen also aus meiner seite dass wir das war ja auch bei mir mit discord den öffentlichen platz machen können ja wo praktisch man live das alles mit verfolgen kann weil da spare ich mir nur an der stelle dieses das nachbearbeiten oder streaming des interviews aber ich vermute vielleicht aus technischen gründen oder sicherheitsgründen haben wir uns darauf geeinigt dass wir das ihm zu machen ja das heißt es wird ein privates interview werden und somit da seid ihr auch aufgefordert falls ihr fragen habt ja schick sie mir gerne entweder im discord oder als kommentar unter diesem video aber bitte halt versucht die fragen so spezifisch wie möglich zu halten ja weil ich habe selbst sehr viele interviews von ihm früher mit anderen youtuber gesehen ja sowohl auf auf englisch als auch auf deutsch und muss leider an der stelle sagen ich meine das liegt vielleicht auch daran dass ich relativ technisch versiert bin und viel früher it gemacht habe dass mir die ganzen fragen die dort gestellt worden sind oder auch die erklärungen nicht tief genug gehen ja und das ist ja auch der grund warum ich mich so mit meinem letzten video sehr kritisch zum yield notes geäußert habe weil ich da ich mal an der stelle ein bisschen tiefer in der materie eingetaucht bin und da einige sachen mir aufgefallen sind wo ich sage das ist aus meiner sicht zumindest ein wichtiger grund dass ich da drin nicht investieren würde ja nichtsdestotrotz ich wie gesagt ich bin offen und ich habe auch bei dem vor dem video interview von ihm positiven feedback tatsächlich bekommen zu dem video und ich lasse mich super gerne vom gegenteil überzeugen ja weil wenn es tatsächlich funktioniert dann würde ich da auch hinein investieren ja als mal wenn er mich von meinen praktischen zweifel oder den punkten vom gegenteil überzeugen kann könnte ja und also schreibt mir gerne als kommentar oder feedback unter dieses video was hierfür fragen habt ja für den für den steve von yield notes ist das die opon yield notes und ich gehe ich versuche die so weit wie möglich zeit zulässt mit ins interview hinein zu nehmen ja und das war es auch schon als keine ankündigung zum morgigen interview mein name ist die aus dem köpfe kaffee ciao ciao